Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und heute Leute sind wir im Finale von Minecraft Ares 2. Leute heute wird sich alles entscheiden. Und wir werden auch nicht so lange schnacken, wir werden wieder direkt loslegen und zwar wird das Finale auf den Feldern stattfinden. Ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Oh mein Gott, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Ich hoffe natürlich, dass ich es wieder schaffen werde, Leute. Team Planet, wir haben uns wacker geschlagen bisher und ich hoffe natürlich, dass wir das auch wiederholen können mit diesem Wackerschlagen. Ich weiß nicht, wo die anderen gerade sind. Wir haben hier jetzt gerade aber erstmal Frieden auch. Da ist Emi, okay. Und da ist so... Hallo, Freunde. So, Leute, wir gehen mal gerade zu denen in Dizzy. Ich habe die ja gemacht. Ja, ich auch. Hello, hello. Hello, hello, hello. Oh, warte mal kurz. Emi ist mal komplett lost. Ja, bin ich. Wie immer. Niemand von mir kennt. Felix, wir verfolgen immer noch unseren Geheimplan. Wir haben keinen Geheimplan. Schweig still. Warte, wollen wir ein bisschen mehr zur Küste gehen? Da ist vielleicht ein bisschen freier. Okay, ja. Hier ist noch ein bisschen sehr Land. Ich will, dass Felix gewinnt, weil ich sauerhaft warm bin, weil er mich so oft gekillt hat. Ich will, dass Emi letzte wird. Ich werde sowieso Letzte, also. Ja, Pech. Okay, hier ist doch schön frei, oder? Ja. Okay, wir gehen wieder jeder in so eine Ecke quasi. So wie Teil 1. Okay, seid ihr bereit? Nein. Wir fangen trotzdem an, glaube ich. Okay, komm, wir gehen jetzt in die Mitte und checken uns wieder ab und danach gehen wir wieder in die Ecken, okay? Ja. Kommt zusammen, kommt zusammen. Oh mein Gott, es wird spaßig. Oh Gott, du hast sogar ein Schild. Hallo mit großer Hand, okay. Okay, check. 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 Warte, mit dir noch? Okay, passt. Ey! Was? Okay. Du hast mich doppelt geschlagen. Hab ich gar nicht. Okay. Ich habe einfach die ganze Folge, die ganze letzte Folge komplett geraged. Seid ihr bereit? Das wird lustig. Ja. Zurecht. Drei. Nein, eigentlich nicht. Zwei. Eins. Let's go. Oh fuck. Ey, ich sehe Sonnen gar nicht. Alter, wie bei... Wie ist das? Ähm, wie ein Schaden fällt, Alter. Anna Felix, auch geht es direkt auf mich. Oh, der ist weg. Ja, du hast ihn auf mich geschossen. Hä? Aber ich habe Infinity. Ja. Son, haut ab. Son, haut ab. Feigling. Feigling. Ja, ihr geht zu zweit auf mich. Nein, ich will ja auf... Ich will gegeneinander, aber du haust ab und dann ist man halt in einer Linie so. Ich mache jetzt den Felix aus Ares 1. Ey, Son. Komm her, komm her. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Komm her. Felix gewinnt. Felix, 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 Felix. Son, das bringt nichts. Wie Abby jetzt auch auf mich geht. Ja, klar. Du hast es verdient. Weißt du, wie oft du auf mich gegangen bist? Nein, 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 nein. Komm, zu Ende. Sie hat nicht viele Leben. Team? Sie hat nicht viele Leben. Nein, Spaß. Kein Team, Leute. Jetzt Son, bleib stehen. Bleib stehen. Nein. Emi kommt da hinten nur. Jetzt bleib stehen. Dann hör auf mich zu fokusen. Okay. Ich fokusse dich nicht. Ja, was soll er denn mit mir wollen, Junge? Der hat mich one hit. Ne, two hits. Ja, du warst so low, er hätte dich einmal hitten müssen. Aber nein, er geht auf mich. Den unschuldigen Zorn. Hä, wo ist Emi? Hä? Bin ich bei dir? Nein! Ja! Warte, ich gehe Game of 3. Ich moderiere das. Ich moderiere das. Okay, okay. Wobei, ich bin einfach leise. Ja! 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 Oh, Son, du hast mir gar nichts abgezogen fast. Du hast mir fast gar nichts abgezogen durch den Goldabfuhl noch. Hast du dich eingepinkelt oder was? Aua, meine Hände zielten, weil ich zu viel geklatscht habe. Oh mein Gott. Ja, Staffel 2 geht wieder an Team Planet. Geil! Kein Wunder. Naja, war mir aber ziemlich klar, dass wir... Vor allem Finale wieder nur so 5 Minuten, ey. Oh Gott. Naja, ich glaube, das ging vielleicht etwas länger. Nein, 5 Minuten. Oh, wow. Ja. Komm, tötest... Aber ohne Witz, ich war... Ich war die letzte Folge so frustriert wie in keiner anderen Folge. Gnojo, das war so schlimm. Ey, wollen wir nochmal alle gegeneinander kämpfen? Nochmal zwei Runden, einfach Spaß. Weiß nicht. Vor allem, ich habe diesen mega kranken Helm, das Protection 10, aber das hat ja nur einen Use, so. Oh, wow. Und ich konnte mir keine Diamanten auftreiben. Wir sind uns einig, dass ich jetzt wieder die Staffel gewonnen habe, aber Lust nochmal so eine kleine Revanche einfach so zu machen. Okay. Komm, alle gegen alle nochmal einfach noch so. Warum nicht alle gegen Emi? Nein. Weil ihr mich too hittet. Oh Mann, ey. Mann, warum habe ich dir keinen Schaden gemacht? Ich hatte Goldapfel drin und sehr viel mit Schild auch so gemacht, aber so ineinander, ey, das war so schlimm einfach nur. Boah, hättest du keinen Apfel gehabt, ich glaube, ich hätte es sogar gewonnen. Wenn du katsch. Hätte ich auch kein Schild gehabt. Aber, Som, wir hatten das doch schon mal oben. Das war sehr knapp, glaube ich, immer so. TP dich, Som, TP dich. Slash, TP, Som, Sokt, LP. Nein, das war zu Ende, würde ich mich nicht tippen. Ja, ist okay. Wir gehen wieder in den Ecken. Okay. Kleiner Bonusfight. Okay, komm, einfach Bonusfight für die Zuschauer. Ey, noch nicht beginnt. Drei, zwei, eins, go. Ich mache mein ARES 1 Move. Oh, wow. Warte, ich TP mich kurz, aber bitte nicht sofort auf mich gehen, danke. Okay, jetzt dürft ihr. Ja, deine chestplate ist kaputt. Was? Wow. Toll gemacht, Eddie, echt toll gemacht. Hä, das war von Felix der Hit. Ja, ja, ja. Der steht da doch sogar. Na, verdammt. Ja, da du gehst. Das war's, ich habe ARES 1 gewonnen. Nein, ich habe gewonnen, Som, das stand von Anfang an da gerade fest. Ich habe gewonnen. Ich habe dich zweimal gekillt, ja? Wie viel hält bitte aber auch dein fucking Schild aus? Ja, ich bin Gott. Ich bin der ARES Gott. Ja, Mama! Wow, Felix macht mich fast tot. Es ist nicht mal ein Kill. Wie jetzt beide auf mich einhauen. Los, auch wieder wie? Ja! Ja! Double Kill! Eddie, wie hast du ihn bitte nicht bekommen? Er muss doch so lang sein. Ich verbrenne jetzt wieder. Ich verbrenne immer nur Armin. Okay. Leute, das war's. Ey, es reicht. Ja, keine Ahnung. Du Hit machst. Ja, deine Chestplate ist kaputt. Ja, meine Schuhe auch. Leute, seht ihr, wie er hat er abfuckt. Bin wieder da. Weil meine Mutter hat sich beschwert, dass ich so laut rumschreie. Ey, Felix. Jetzt hör doch mal auf, Alter. Okay, 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 okay. Okay, komm. Wir machen jetzt Abmoderation. Lass uns jetzt mal bitte wieder Frieden machen. Ey, Leute. Zweifacher Aris-Sieger. Ohne Witz langsam reicht's auch mal. So. Also. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, okay. Okay, okay. Können wir jetzt bitte eine friedliche Abmoderation machen? Ja, wenn Sorm nicht mal der Zwischenfunk. Okay. So. Was machst du da? Ja, dann mach doch einfach, du kleiner Spart-Arsch. So, Leute. Das soll's mit Aris 2 gewesen sein. Ich hau jetzt einfach ab von den anderen, weil, äh, nervig. Und, äh, lass es so. Ich hab mir ein bisschen nicht angelt. Okay. Leute, wie gesagt, das soll's mit Aris 2 gewesen sein. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, äh, lasst natürlich ein Like da. Nein! Alles MFF5 gerade. Och, Sorm, es reicht. Komm, Emi, ab. Boah, wie, wie, wie Emi den Kühl klaut, Alter. Okay, ja, komm, jetzt lass doch einfach rein. So, können wir jetzt bitte eine friedliche Abmoderation machen? Ja, ich will, aber dieser kleine Junge will ja nicht. Okay, können wir ganz normal, okay? Ganz normal nebeneinander stehen, so wie immer. Okay. Leute, das soll es mit Aris 2 gewesen sein. Mal wieder hat sich Team Planet den Sieg geholt. Das war auch anderes zu erwarten. Das wird's letztes Mal sein. Abwarten. Abwarten, was in Aris 3 kommt. Ich hoffe, dass du nächstes Mal haushoch verlierst. Ja. Wir werden's sehen, wir werden's sehen, Leute. Seid gespannt auf das nächste Mal. Wenn ihr noch Verbesserungstipps oder so für Aris habt, schreibt sie natürlich super gern in die Kommentare. Wir werden sie uns durchlesen und anwenden. Leute, also keine Sorge, wir sind da wirklich gespannt auch, was ihr da so für Vorschläge noch machen könnt für Aris 3. Leute, wie gesagt, das soll es jetzt aber für Aris 2 gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen planetarischen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch den Abo-Button. Das würde uns mega freuen. Und Leute, jetzt wünschen wir euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann. Bis dann.